Hallo zusammen und noch einen Witz für euch. Also, das Telefon läutet, ein Angestellter geht ran und sagt, welcher Arsch wagt es, mich in der Mittagspause anzurufen? Da brüllt der Anrufer, ja, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor. Darauf der Angestellte, wissen Sie, mit wem Sie reden? Der Generaldirektor antwortet verdutzt, nein. Darauf der Angestellte, hab ich ja nochmal Glück gehabt. Vielen Dank.